Tanja von Landstein auf Abstellgleis. Sebastian von Landstein rangiert X aus. Im Grunde schreiben sie ja nur die Wahrheit. Ist dir eigentlich schon mal in den Sinn gekommen, dass Tanja und Sebastian dir das Ganze nur vorspielen? Er weiß ganz genau, dass ich ihn mit ihr als Ehefrau niemals nach oben lasse. Ja, und was ist, wenn du genau das denken sollst? Macht ihr mal keine Sorgen, bald wird geheiratet. Ihr könnt mit dem Schmierentheater aufhören. Du glaubst doch nicht, dass ich euch die Nummer abkaufe. Wenn ich irgendwann als Burrito King gefragt werde, wie ich das Imperium hochgezogen habe, dann will ich sagen, aus eigener Kraft. Ich besorge ihm jetzt den perfekten Job. Was sind das für Fotos? Ein Männerkalender. Machst du jetzt auch Medikamententester? Ich krieg 3000 Eier, nur dafür, dass ich mir ein paar Pillen anwerfe. Einfacher kann man kein Geld verdienen. Nein, das ist falsch. Du kannst doch immer noch diese Fotos machen, ohne russische Roulette mit deiner Gesundheit zu spielen.